Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Woj Heroes. Wir stehen hier vor Terrakas Festung und wir wollen eintreten. Also bedanke ich mich jetzt schon mal. Guck mal, als wir da hingelaufen sind, haben wir übrigens die Tentakel zerstört. Uhaha. So kräftig mächtig sind wir. So, fortfahren. Alles abgeben? Was heißt denn alles abgeben? Was haben wir denn jetzt alles abgegeben? Okay. Für 34 Gold? Kostet das 34 Gold? Okay, erstmal die hier. Schlüssel. Ja, kostet tatsächlich 34 Gold. Aber wir kriegen dafür 55. Krieg ich anzüllen? Nein. Gegenstürmen? Oha. Ja, auch nicht. Gucken, komm. Dieses Ding, dieses sieht einfach verkehrt aus. Ich möchte, nee. Tsch, 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 tsch. Jujujo. Ganz bekanntes Geräusch. Uh, Edelsteine. Oh, eine Mimik. Willst du mich veräppeln? Eine so mächtige Mimik. Jawohl. Guck mal, wir haben jetzt schon die 80. Können jetzt rein theoretisch gehen, sagen Tschüss, Lebole. Leck mich am Popo. Ich mach dem Mist nicht mit. Glas. Boomerang. Ein gläsener Boomerang. Zerbricht bei Tod. Betäubt Gegner bei Treffer. Okay, und wie benutze ich den? Ach, hier oben kann ich jetzt... Ah, umschalten. Cool. Aber das ist so voll Zelda. Das ist total geil. Auch designmäßig komplett Zelda. Zerbricht. Tsch, 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 tsch. No, lo, 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 lo. Hey, ja. Cool. Aber warum hab ich zwölf Stück? Kann ich mal daneben werfen? Also nicht wieder einsammeln? Man sammelt die aber immer ein. Ach nee, zwölf Mana kostet das. Wir haben nicht zwölf Stück davon. Wir haben... Ah, ich verstehe. Zwölf Mana Kiste droht. Komm her. Komm her. Total geil. Ah ja, ich folge das Spiel gerade. 20% mehr Gesundheit? Okay, warum? Why? Was hab ich getan? Um das zu kriegen? Was ist es, wenn mir das Geld ausgeht? Beine in die Hand und go. Nee, warte. Jetzt. Okay, ich glaub, wir müssen die Ecken anzünden. Ah. Das Ding ist, ich hab gar nicht so viel Mana. Das war ja mehr wie auffällig, oder? Weil er hat auch noch einen Pfeil gezeigt, bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, nur wenn ich kein Geld mehr hab, was dann? Was mach ich dann? Kissen ignorieren? Oh, iiih, Ekelspinne, Ekelspinne, Ekelspinne. Ein Glasbogen. Eine Glasversion des Bogen. Zerbricht bei Tod. Schießt mit Graserwolle gebundene Pfeile ab. Nein, ich will nicht sterben. Ich werde komplett aus der Puste. Zehn Pfeile einfach nur, oder? Kann ich rein? Ja, und nein. Kann ich die wieder einsammeln? Gib mir die Pfeile wieder. Hm. Jawoll. Hier ist nix. Wenn ich die Pfeile wieder einsammeln könnte, wäre das voll cool. Dann kommen wir lieber den Bumerang. Nee, wollen wir nicht. Wir brauchen das Mana. Zum Anzücken gleich. Ich bin froh, dass ich gerade ein bisschen Mana habe. Hä, wo? Ach, der läuft oben rum. Ach so. Nein. Oh, ich bin komplett aus der Puste. Ui, 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 ui. Jawoll, Glasbombenbeutel. Alles aus Glas. Eine Glasversion des Bombenbeutels. Zerbricht bei Tod. Damit kannst du Bomben tragen und schwache Mauern und Feinde zerstören. Wieviel haben wir davon? Sechs. Okay. Bling. Musik in meinen Ohren. Okay, was sagt denn eigentlich die Karte hierzu? Kann man das verhindern? Okay, wir sind jetzt da. Also oben geht's lang. Treppe entdeckt, verborgen. Okay. Wir gehen einfach mal hier durch. Hallo. Egal, was du kannst. Mach das nicht. Peile. Jawoll. Komische Gehirnmasse oder was auch immer das ist. Kann ich hier rein? Oder darüber? Meine ich eher. Nein, es ist Gift. Okay, alles klar. Frage erledigt. Man muss sich töten und warten, bis das... Also... Davon geht. Okay, wofür ist was? Macht gar keinen Sinn. Pumpen. Ich habe da jetzt nicht... So. Hey, du. Hey, lass uns reden, lass uns reden. Ja, reingefallen. Okay, Mana ist voll. Machen wir einfach so. Kein Problem hier. Hihi, hi, hi, hi. Ah, ich kann mir vorstellen. Aua, nein. Wenn ich hier gleich... ...alle... ...Dinger anhabe, dass da oben dann eine Kisse erscheint. Ohne, ich muss das auch noch schnell machen, sehe ich gerade. Plum. Hä, du hast auch schon wieder aus? Plum. Schnell, 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 schnell. Nein. Jawoll, sag ich doch, Kiste. Oha. Yay. Perfektionist. Oh ja, das bin ich. So, haben wir das hier erledigt. Dann geht es hier oben jetzt weiter. Hey, du. Haben wir überhaupt noch einen Schlüssel? Ja, das habe ich schon wieder abgeschlossen. Ja, wir haben einen Schlüssel. Tatsächlich. Ich werde nicht sterben. Ja, wir haben Kerkerplan gekriegt. Zeigt den Grundriss des aktuellen Stockwerks an. Okay, da unten haben wir eine Sackkasse. Allgemein ist das hier, Sackkasse. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ich möchte jetzt nicht zermalbt werden. Jawoll. Komm, auch Wüsche. Alles muss man zerstören. Und wir haben einen Glasgreifhaken. Jetzt kriegen wir einfach von allem, was es später geben wird, Glasversion, um alles quasi ein bisschen kennenzulernen. Zerbricht bei Tod. Ein ausziehbarer Haken, der sich an Pfosten und Schilden festklammern kann. Tschüss. Oh nein. Oh nein. Was bist du? Und ein Glas Zauberstab, natürlich. Kriege auch gleich ein Glas Dildo. Ein gläsener Zauberstab. Zerbricht bei Tod. Feuert. Magische. Ah, guck mal. Da wird damit eingefroren. Da wird eingefroren. Drei Mana kostet das. Mal ausprobieren. Okay. Hey du. Hey du. Hey ihr. Hey du. Hey ihr. Jawoll. Die Blobs sind geil. Die sich so zerteilen. Woher mach ich so. Und so. Und dann so. Und dann so. Jawoll. Mium. 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 Gib euch alle. Oh schön. Mium. 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 So hier muss er ja jetzt rein. Teorisch gleich eine Sackkasse kommen. Muss ich die Dinger eigentlich kaputt machen? Also diese hier. Bringt das irgendwas? Nö ne. Wahrscheinlich nicht. Kiste. Kiste. Was ist das? Wir haben schon wieder irgendwas gekriegt. Wo ich nicht weiß was das war. Was ist das? Gespenstsaube. Hm. Flüsselelement. Keine Ahnung. Irgendwas haben wir eingesammelt. Ach hier ist eine nächste Etage. Wollen wir kurz zurück gehen? Ich starte jetzt hier weiter. Weil ich glaube das ist der richtige Weg. Und ich gehe ja gerne erstmal die falschen Wege. Guck mal so eilig habe ich es. Autsch. Ja war dumm. Guck mal die Dinger anzünden. Das können wir eigentlich ganz schnell machen. Tideli. 20% mehr Mana. Ach wir haben da oben irgendwas gekriegt. So ein Level quasi. So ein Level up. Nein. Jetzt haben wir 40% mehr Melee. Melee. Noch eine Kiste. Nein. Warte obwohl. Der ist schnell hier weg. Schlüssel. Den brauchen wir auch noch. Wir haben was. So und jetzt lokale haben wir eigentlich alles. Da geht es Treppe runter. Da ist der Ausgang. Oder Eingang besser gesagt. Alles abgeschlossen. Das heißt wir haben alle Kisten eingesammelt. Ja dann bleibt ja nur noch der Weg. Aber der Schlüssel, der fehlt uns bestimmt später. Deswegen ist es gut, dass wir ihn jetzt haben. Autsch. Mein Dickschädel. Warum ist das so hell hier am Anfang? Die würde ich auch am liebsten so ein Pfeil ins Auge schießen. Ich ziele gerade. Ne ziele ich gar nicht. Okay nächste Etage. Ebene 2. Hallo. Kaufe eine dauerhafte Abkürzung zur Ebene 2. Für 400 Edelsteine. Achso dann sind wir immer hier dann. 400 Ball durch. Ii. Ii. Nein. Okay. Ui. Okay die sind mittlerweile schon Level 8. Geht auch im Weg. Alter ich konnte das nicht abbrechen. Hier friss, 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 friss. Alter mit Suchfunktion. Ja okay. Ich dachte gerade der hat Auto-Aim. Ja. Oh. Weg mit dir. Erstmal heilen. Ja was was. Oh scheiß. Scheiß Spinne. Ach Spinne sag ich schon. Huh. Hey ihr Ratten. Was geht ab? Ich würde am liebsten ja wir alle Ratten gleichzeitig machen. Also mega nice. Oh ich kann nicht mehr. Ich bin außer. Hiya. Total geil. Ich mag das. Äh 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 äh. Bin so froh, dass ich es gekauft hab. Das ist, das Spiel ist jetzt schon so mega nice. Au 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 au. Okay hier. Wo geht es noch nicht abgeschlossen? Irgendwas fehlt hier noch. Hä? Hä? Habe ich das denn jetzt gemacht? Hä? Ist es abgeschlossen? Hä? Ich war, hä? Ich hab doch nur so die. So oben oder rechts. Oh ja auch noch nicht. Hier nochmal reicht's. Hallo. Okay was wirst du? Äh? Äh 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 äh. Okay. Ich kann mal auch nur hauen. Aua. kann man auch nur haben werden sie darauf am rum brennen sind falsche richtung nicht getroffen ich bin einfach ich muss ja doch mal wirklich ein bisschen aufpassen was wirst du sprechen hallo wieder meine wagen von pfeile herrkaplan gesundheitstrank fehlend flasche im plan den wir doch gerne haben wir noch mehr irgendeiner ist hier noch nicht echt was ist hier los ich bin eingesperrt ja okay wir hätten mal nach oben gemusst ich mich erschrocken die kammer einfach eiskalt da einfach runterschieben wir alle schieben wir müssen ja alle doch noch gott habe ich mich schon wieder erschrocken ich habe die trotzdem alle hallo ja du jetzt geht es hier nach unten aber wir wollen erst mal auch hallo ja du erst mal hier in den großen bösen raum die lüge am besten hinterher und dann hier rein und dann hier hoch und dann hier rein und dann hier hoch und dann hier rein 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 und dann hier 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 und dann nicht zu töten oder so okay weil der bogen ist noch ein bisschen schwer zu schwer zu steuern halt immer schön so waren auf entfernungen oder einfach so eine falle aber ich wollte nicht getroffen aber die rate hat mich getroffen hat die sich okay 3 wo macht das spaß nein die leben nur okay keine pfeile mehr die einfach durch die du nicht ich hast du leben hast du leben die leben doch jetzt bestimmt auch oder wer passiert wieder einmal so nicht erschrocken muss ich eigentlich alle machen okay wir haben sie auf jeden fall erstmal voneinander getrennt ja heilung nein zum glück hatte ich die heilung zum glück brenn du sack nein gott scheiße du bist tot getötet von dem penner da wir haben elf geschafft zwölf entdeckt 26 keine ahnung fast 20 minuten wiederbeleben aber das meine freunde in der nächsten folge aus rhein bis morgen tschüss